Hey Freunde, kommen wir zum Season Woche 5 Auftrag. Erhalte Kondition oder Schilde, indem du auf Sprungschlörfpilzen hüppst, während du verchromt bist. Wir machen die Aufgabe kurz einmal zusammen. Ich empfehle euch, macht das Ganze hier bei Reality Tree, denn dort haben wir genug verchromte Sachen, wo wir uns Chromschleimgranaten besorgen können. Chromschleimgranaten könnt ihr natürlich hier zum Beispiel aus Truhen bekommen, aber auch als Bodenloot oder indem wir Chromobjekte abbauen. Okay, jetzt hatte ich hier kein Glück. So, das sollten wir natürlich auch nicht machen, nicht vorher sterben, bevor wir den Auftrag abgeschlossen haben. So, wie ihr hier seht, haben wir hier schon einen Haufen Chromschleimgranaten rumliegen. Wie gesagt, Bodenloot, davon schnappen wir uns jetzt einfach welche. Oder wie gesagt, ihr baut euch hier Objekte an, dann droppen die manchmal auch. Okay, in diesem Fall nicht. Jetzt müssen wir hier nach oben zum Baum. Dazu könnt ihr hier einfach am Rand langlaufen. Dann müssen wir hier gleich hoch. So, hier einmal hoch. Dann hier neben nochmal hoch. So, jetzt laufen wir hier einfach den Baum hoch, bis wir oben angekommen sind. Sobald wir hier oben angekommen sind, sehen wir hier auch schon die Äste. Und an den Ästen selber sind die Schlürfpilze, beziehungsweise die Sprungschlürfpilze. Kurz vor Chrom einmal raufspringen. Also einmal raufspringen reicht auch, wie ihr hier seht. Und damit wäre der Auftrag dann auch abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!